Allihallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid. Jetzt nochmal ein kleiner Nachschlag zu der letzten News und zwar von SCS. Da geht es um den Euro Truck Simulator 2 und natürlich um die American Truck Simulator. In der 1.47 wird es neue Auflieger, besitzbare Auflieger geben, also für uns, und zwar Gasauflieger. Und die gibt es natürlich in unterschiedlichen Versionen und die gucken wir immer an. Und das bedeutet natürlich, wann wird denn die 1.47 kommen? Wird sie in den nächsten Wochen oder ersten Monaten kommen? Was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, aber die sehen schon sehr, sehr schön aus. Es gibt natürlich unterschiedliche Lackierung und Längen. Man muss wirklich sagen, der Detailgrad, wenn man das jetzt hier mal anguckt, das sieht schon sehr, sehr interessant aus. Was ich auf jeden Fall sehr interessant finde, ist dieser komische Flügel. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wozu macht man das? Hat man mit denen irgendwie 200 kmh auf der Autobahn oder warum macht man das? Also für mich ist das jetzt, naja, irgendwie so ein bisschen aus den 60er Jahren, wo man halt irgendwo versucht hat, an den Autos überall so eine Raketenflügel anzubauen. Aber er sieht schon irgendwie richtig böse aus. Ja, aber oftmals werden wir wahrscheinlich Euro-Tragsmonate unterwegs sein und da ist dann halt auch dieser, ja, ein bisschen schlichten Auflieger. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es diese Auflieger in naher Zukunft gibt. Ja, eine 1.47 soll es soweit sein. Das soll es auch gewesen sein mit der kleinen feinen News. Mal sehen, was die nächsten Tage kommt und wann die 1.47 erscheint. Ich bin erstmal raus. Ich wünsche euch alle ein schönes Wochenende und heute Abend bin ich vielleicht live. Dann haut rein, macht's gut, lasst ein Däumchen da. Bye, bye.